An nem schönen blauen Sonntag Es gibt einige wenige Dinge, die den Menschen erschüttern. Einige wenige. Mann am Strand. Und sie fragen, welchen sollen wir töten? Alle! Aber das Schlimme ist, dass sie mehrmals angewendet schon nicht mehr werden. Und ein Mensch! Sagt sie was, wie ist das möglich, dass dieser notorische Verbrecher in London frei herumläuft? Ja, weil er ja freundlich ist. Den Mann Mäcki. Fester und endlich. Das werden schöne Tage werden bis zur Hinrichtung. Wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Und seitdem... Was ist der Einbruch in eine Bank? Gegen die Gründung einer Bank? immer liebte... Hey, Polly! Ja? Kannst du mir nicht heraushelfen? Ja? Mit Geld! Oh! Die Liebe ist doch das höchste auf der Welt! Warte auf! Wer meine Ehre angreift, der greift sich an! Nein, ich! Meine Ehre! Schmier! Anfangen! Leute reinlassen! War dein Greif! War dein Greif! War dein Greif! Warte auf! Warte auf! Warte auf! Warte auf!